Stahltechnik Willkommen bei Pestalozzi und Quagie in die Ethik. Ich bin Giuseppe und lerne Logistik in der Abteilung Kursstechnik. In der Lehre lerne ich das Rüstung von der Waage, auf der Stadt Kursil und vieles andere. Ich bin Schmeibel, meine Firma Pestalozzi, mit Blöcher Fall. Hallo zusammen, ich bin die Erste und im dritten Lehrjahr. Hier sind wir in der Stahltechnik. Auch als Lernender bediene ich die Maschine. Ich lerne viel und habe Abwechslung, darum bin ich super für die Abschlussprüfung. Hallo, ich bin der Kima und im dritten Lehrjahr. Ich arbeite viel mit dem Kran und dem Stapler und achte dabei auf meine Sicherheit. Lässig finde ich, dass wir da so viel Lernende sind. Mein Name ist Matthias Pestalozzi und ich leite unser Familienunternehmen. Wir sind jeden Tag für unsere Kunden da und beliefern sie pünktlich und zuverlässig mit Material. Willst du auch du bei uns im Team mitschaffen? Dann melde dich doch bei uns und werde auch ein Pestalozzianer.